Hallo, ich bin Britney Spears und begrüße euch zu Inside. Wie ihr wisst, haben schon einige meiner Kollegen Inside moderiert. Deshalb fühle ich mich besonders geehrt, heute auch dabei zu sein. Und jetzt seht ihr erstmal die Vorschau. Inside reist um die ganze Welt und ist deswegen meine Lieblingssendung. Meine Lieblingsstadt ist übrigens Chicago. Jetzt gucken wir mal, was meine Kollegen in den verschiedenen Städten so alles gemacht haben. Hi, ich bin Britney Spears und präsentiere euch heute ein Best-of der Sendung. Jetzt verrate ich euch mal meinen Lieblingsshopping-Ort. Es ist Fred Siegel in Los Angeles. Lasst uns mal schauen, wo die Stars von Inside so shoppen. Jede Woche bei Inside zeigen wir euch, was in und was out ist. Und jetzt seht ihr das Best-of-Inside-Out der letzten drei Monate. Hi, ich bin Britney Spears und ihr seht das Best-of von Inside. In jeder Stadt spielt das Nightlife eine wichtige Rolle. Meine Lieblingslocation dafür ist Hawaii, nachts am Strand. Jetzt lasst uns mal gucken, was meine Kollegen so mögen. Okay, das war die letzte Sendung von Inside 2001. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet im Januar 2002 wieder ein, denn dann gibt's brandneue Sendungen.